Das Kennbart! Drachengold! 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 Richtig! Ja! Sie alle wollen die größten Gauner dieser Welt sein! Ja, ja! Das sind wir! Ja, ja, ja! Sie alle arbeiten für mich! Ja! Eine große... Sie alle wissen, was geschieht, wenn jemand einen Fehler macht! Ja! Ja, natürlich! Großer Ehrenritter! Oh nein, er hat herausbekommen, dass ich einem Fremden vom weißen Ritter erzählt habe! Einer von Ihnen hat versagt! Und dieser eine ist... Oh nein! Nein! Fritz Phantom! Was? Ich? Nein! Nein! Ich habe doch alles getan, was Sie von mir verlangt haben! Nein! Sie kommen in meinen Verlies, aus dem es kein Entkommen gibt! Nein! 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 Sie sind schon unterwegs. Ich muss weg. Nein, nein, nicht ins Verlies. Dieses Jahr ist doch finster Anlassung. Nein, ich will nicht. Loslassen. Hilfe, ich bin nicht. Fritz Phantom ist draußen. Nein. Oh nein. Hey. Dann bleibt er für uns mehr von der großen Beute. Schweigen Sie. Wir haben noch ein Problem. Und das heißt Tom Turbo. Aber ich habe auch für dieses Problem schon eine Lösung. Hören Sie mir gut zu. Und Tom, alles in Ordnung? Danke, Boss. Ja. Ich muss mich um Conny und Benni kümmern. Ähm. Eiswasserspritze. Los. Oh, mein Kopf. Meine Brummt ist auch. Und wie. Diese Blume ist nicht zufällig vor der Höhle aufgetaucht. Ihr solltet daran riechen und betäubt werden. Da auf den Boden. Drachenboden. Meine Füße sehen ganz winzig aus. Der Drache muss riesig sein. Und an den Spuren können wir auch ablesen, ob er gerade in der Höhe ist oder draußen. Ja, allerdings ist das nicht ganz einfach. Detektive, was sagt ihr dazu? Der Drache ist hin und her gelaufen. Eine Spur führt raus, die nächste wieder rein. Jetzt schaut euch die Spuren aber genau an. Ist der Drache gerade in der Höhle oder ist er draußen? Wer glaubt, er ist drinnen, notiert das U. Wer sagt, er ist draußen, das R. Der Drache ist hin und her. Der Drache ist hin und her, er verfolgt uns. Ah! Windeswegs. Geilig. Der Drache verfolgt uns. Dann habe ich richtig gehört. Das Brüllen. Der Drache ist erwacht. Es ist wahr. Kommt schnell, ich zeige euch ein gutes Versteck. Halt, Tom! Nicht! Der Jäger ist nicht echt! Was soll das heißen, Boss? An diesem Jäger stimmt etwas nicht. Und was soll das sein? Ist euch auch aufgefallen, was mir aufgefallen ist, Detektive? Würde ein echter Jäger niemals das Gewehr so tragen? Oder einen anderen Mantel anhaben? Oder einen anderen Hut tragen? Wer glaubt, mit dem Gewehr stimmt etwas nicht, notiert das H. Wer sagt, mit dem Mantel ist was falsch, das A. Und wer denkt, der Hut stimmt irgendwie nicht, der schreibt das K auf. Ja, er ist in die Falle gegangen. Der weiße Ritter wird zufrieden sein. Tom! Tom! Tom Turbo! Tom, Turbo Bungee sein, los! Danke, Boss. Danke. Das Bungee-Seil war die Rettung. Äh, wo bin ich hier? Du bist an einem Ort, den du nie wieder verlassen wirst, Rosthäsel. Wasser? Nicht, nein, kein Wasser. Es zerstört mich. Nee! Detektive, wie können wir Tom aus dem Verlies befreien? Wer ist dieser weiße Ritter? Und was hat es mit diesem Drachen auf sich? Nächste Woche erfahren wir es. Da geht der Superfall Drachengold weiter. Wenn ihr heute alle fünf Fragen richtig beantwortet habt, ergeben die fünf Buchstaben von hinten nach vorne gelesen aber ein streng geheimes Codewort. Und ihr könnt wie immer mitspielen. Sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter. Die Telefonnummer 0800 22 69 44. Ruft ihr von außerhalb Österreichs an, dann wählt 00431 886 1045. Oder schickt ein Fax an die Wiener Telefonnummer 01 886 26 26. Ihr könnt uns aber auch per E-Mail erreichen über die Adresse tomturbo.at. Oder ihr schickt das Codewort an den ORF 1136 Wien. Kennwort die heiße Spur. Beim letzten Fall, da hat das streng geheime Codewort Blasek geheißen. Auf der Ehrentafel stehen bereits die Namen der Gewinner. Ich gratuliere. B Musik Und das gibt es zu gewinnen. Einen Detektivkoffer mit vielen turbotollen Tricks, die Bücher zur Sendung mit kniffligen Fällen zum Mitraten und spannende Tom-Turbo-Bücher. Außerdem erhält jeder Gewinner unsere Detektiv-Urkunde. Knabbernossi wünscht euch viel Spaß beim Detektivspielen. Und wenn das Abenteuer Pause macht, hinein ins Knabbernossi-Camping-Zelt. Damit ihr jedoch die Natur nicht mit leerem Magen genießt, gibt's dazu noch jede Menge Knabbernossi-Snackwürstchen. Detektive, es muss uns gelingen, Tom zu retten und den Fall Drachengold zu lösen. Bis nächste Woche. Bleibt auf der Spur. Du auch, Duffy. Du auch, Duffy. Du quantoest warm dr 지원 Uhm, Duffy. Du auch, Duffy. Du auch, Duffy. Du auch, Duffy.